Hallo und herzlich willkommen zurück bei PokéOne mit den Paven. Hallo. Und den Zoe, das bin ich. Ja. So, wir waren in dieser Höhle hier. In dieser Höhle. In dieser hier, hinter uns. Ich hab vergessen, wie die heißt. Fels-Tunnel. Fels-Tunnel, ja, simpel, ne? Viele Steine, schön nach... So, Fels-Tunnel. Dann müssen wir jetzt hier lang, ne? Genau. Rock-Tunnel. Ich fand das ja so krass, wo wir gestern, war das gestern? Die Pokémon-Folge geguckt haben, wo man Rocky tatsächlich mal einmal mit offenen Augen sieht. Rocko? Ja, Rocko. Wie komm ich jetzt auf Rocky? Rocko meine ich doch. Ja, stimmt. Oh, jetzt hab ich extra auf Dings gewechselt und jetzt kommt... Ja, gut, jetzt ist jetzt raus aus dem kleine, dicke, hohen Tunnel. Da, ich hab auch einen kleinen Hoden dabei. Taschenhoden. Taschenbillard. Äh, was? Er hat Wirbelfind eingesetzt. Äh, ich hab doch auf Geodot... Ja, was machst du denn? Greif an! Ja, will ich ja, aber... Hä? Ich hab doch keinen Geodot ausgewählt. Wieso hab ich hier jetzt die Attacken von... Von mir? Ja! Hä 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 hä? Nee, kann nicht sein. Das sind meine... ...noch... ...meine Dings-Attacken. Aber ich hab keinen Geodot im Team. Das ist jetzt beide von dir? Das kann sein. Äh, warum? Greif einfach an! Ist egal! Äh, ja... Muss man nicht verstehen. Hä? Hä? Äh, achso, haha, jetzt hau ich mich selber mit weg wahrscheinlich. Hä, bist du nicht bei mir im Kampf mit? Magnitude ist... ...uneffektiv gegen Flug-Pokémon. Das trifft gar nichts. Das ist halt Boden, wa? Und Flug ist effektiv gegen Pflanze. Äh, ich... Hast du keinen Rock-Throw oder so? Irgendwann eine Stein-Attacke? Äh, ich bin grad total verwirrt. Bin ich alleine in dem Kampf? Ja, das sind beides deine. Okay. Ach. Mann! Äh... Äh... Was tust du? Ich weiß es nicht. Alter, ich muss mich selber kratzen. Bulldo's ist doch auch Boden. Ja. Was machst du denn? Stein! Du bist ein kleiner Hohn. Benutze sie. Ich hab das grad voll nicht gemeint. Ich dachte echt, wir sind grad jetzt so... Wieso bin ich alleine in dem Kampf gewesen? Ja, der hat Wirbelwind eingesetzt und hat meinen Garathus rausgewirbelt und eins von deinen reingeholt. Musst du ja auch nicht, dass das geht. Wie behindert war das denn, ey? Ja. Ah, hier, wir können auch hier Dings einsetzen. Ah! Okay. Ging das nochmal? Schieft. Schieft. Veränder Town lies ahead, but you aren't cried there yet. Erst musst du noch gegen meine kleinen und dicken Hoden kämpfen. Mann, wenn ich Bock an, was sind das alle plassen. Da. Da sind sie wieder, die dicken Hoden. Da, he so lieb. Ah, okay, Onyx kann also doch sturdy beziehungsweise Robustheit haben. Mhm. Guck mal, der dicke Hoden und einen dicken langen Pimmel daneben. Also ehrlich, du musst immer gleich übertreiben. Ja, aber das ist doch wahr. Du hast doch damit angefangen. Du bist so gestern. Muss ich mal alles nachmachen, was hier oben? Oh, wie? Ich wollte nur gucken. Entschuldigung, ich komme. Nee, ich bin, irgendwer hat mich angelabert. Nigel, wait. Look, who it is. It's Paven. Ach, das sind die, die Reporter. Unser Held. Mr. Fuji is missing. The case of Mr. Fuji. Ja, das ist hier der Mr. Pokemon, der, der Forscher von Mewtwo, der Mewtwo erschaffen hat. Mhm. Also wir sollen irgendeinem, ein Underground Path folgen. Er ist weg. Talk to Officer Wolf. Around the corner. Would you like me to heal your Pokemon? Ja, natürlich. Okay, machen wir. Dann gehe ich hin. Dann lege ich mal... ...Mauzi und Onyx wieder ab. Weil ich will immer noch ein Feuer- und ein Wasser-Pokemone haben. Ja. Ja. Da oben ist Bibi. Von Bibi und Tina. Macht die ihn hier. Bibi Blocksberg. Nein, Bibi Blocksberg. Money, Money, that's all they're interested in. Oma. Okay. Kann man hier rein? Alter, ist die im Restaurant oder wat? Alter, ne Kampf-Arija? Was geht denn hier ab? Referee Wreck. Ninja Fowler. Wow. Hä, wie cool ist das denn gemacht? Das ist ja richtig geil. Cool. I am the winner of the Metronome Tournament. It was a good battle. Hä, Metronome Tournament? Hä? Das gucke ich immer bei meinen Pokétubern. Wenn alle Pokémon halt nur Metronome haben und gucken, was passiert. I love watching battles. Okay. Er steht hier so im Ring rum, weil er gerne zuguckt und gerne ganz hautnah dabei ist. Wieso stehen hier eigentlich alle neben dem Wengen? Ey, das ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das hier sogar zu animieren? Ich hab keine Ahnung. Caretaker, Tim. I'm busy, go away. Okay. Oh, der ist aber nett. Ich ja Caretaker. Oder willst du da jetzt echt jeden Einzelnen ansprechen? Nein, 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 nein. Nein, 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 kratsch. Wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Ich will mich auf so einen Stuhl setzen und dann für den Rest meines Lebens im Pokémon Center bleiben. Ja, auf den Stuhl setzen geht nicht, haben wir ja gerade gesehen. Ah, ich geh mal hier gucken. Pokémon-Markt hier, bis der Tutsch wieder kaufen für die nächste Gelegenheit und so. Falls der hat. Viel Gas wie ein Pokémon-Tor. Hat er? Er hat. Wollt schon mal annehmen. Hat er denn? Äh, aber guck mal, hier hat auch einer so ein Bild drinne, von diesem Werbungstypen da von, von, von Otto. Hat er niemals selber nachgezeichnet da in diesem Gilden-Maldingens da. Der hat, ähm, Superbälle hier. Kann man denn hier Bilder hochladen? Äh, großartige. Wie heißen die doch? Superbälle, ne? Muss ich ihn mal rausfinden. Echt? Superbälle? Mhm. Dr. Jorgensen steht da. Und hier ist Olga. Olga. Schau mal stehen, Olga. Du kannst kaufen Revive Seer. A revive will bring back a fainted Pokémon. Ja? Schrei doch nicht, so. Boah, wir haben 47.000, das ist ja heftig. Ah, ich hatte auch viel Geld. Jetzt habe ich wieder viel wenig Geld. Kaufe mal 10 Superbälle. Kaufe mal 10 Pokébälle. Ich brauche noch Feuer- und Wasser-Pokémon, sonst raste ich aus. Und nochmal für ein Superpauschen. Olga. Ja, muss erst mal reichen. Das Geld ist wichtig hier. Dr. Jorgensen. To collect all my information. Ja. Okay, ja, dann, äh, was ist denn hier unten, hast du noch nicht zugedeckt? Reach the underground path. Ja, machen wir das doch erst mal, oder? Äh, okay. Oder wollen wir erst mal hier, alter, hätten shiny Wullpicks, so ein Penner. Oder wollen wir ja erst mal alles abgrasen hier? Sollen wir an die Häuschen gehen? Oh, jetzt hängt das wie schon hinterher. Denk dran, du kannst dein Fahrrad nutzen, ne? Onkel Joe, ich hier drin. Mr. Fuji, went to Pokémon Tower, but didn't return. I like it, it's fun. Alter, da läuft ja sogar was auf dem Fernseher. Ah, wenn du mit dem hier quatschst, kriegst du plus fünf Erfahrungspunkte, wenn du ihm sagst, dass du die Stadt magst, oder dass es dir hier gefällt. Echt? Mhm. Ist ja ein Ding. Also da ist nichts drin, die sagt nur, dass Mr. Fuji in den Pokémon-Turm gegangen ist. Ja, und da, wo du jetzt reingegangen bist, ist der Typ da mit den Erfahrungspunkten. Ankel Joe, I like it. Ich hab nur vier bekommen. Das ist ja gemein. Äh, die hier möchte, dass wir lila ne Blumen in der Stadt zählen und ihr sagen, wie viele es sind. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Seh ich. Was ist das hier? Lila? Ist doch pink oder nicht. Ich sehe nur eins. Eins, zwei, drei, vier. Da ist auch noch eine dahinter. Ah, okay. Sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Die neun. Also zumindest hier. Fünf, sechs. Ist hier nochmal eine, die ich nicht sehe von mir aus meiner... Ach, tatsächlich. Eins, zwei, drei. Ach man, da kann man gar nichts abgeben oder beantworten oder so. Dann sind es zehn sogar. Zehn. Aber das kann man eh nicht sagen, oder? Ne, das hat gar nichts gebracht. Ach man, oh man. Ich verschwendete Zeit. Schade. Ich dachte, dann kriegt man irgendwie was. Hier ist ne Kirche mit Gräbern. Ivan. Pokémon finds the last resting place in the Pokémon Tower. This is the place for the humans. Ah, okay. So, so. Okay. Ich gehe jetzt aber nochmal zu dir hin. Vielleicht kann ich es dir ja doch sagen. Sag mal. Du wolltest was doch... Ah, doch. Jetzt kann ich. Jetzt geht's. Äh? Äh. 25, 31, 34, 37, 38, 39 oder 40. Okay, dann müssen wir wohl in der ganzen Stadt gucken. Zehn waren schon. 38. 38. No, I remember. Thank you. Bitte. Ernsthaft? Was hast du gekriegt dafür? Nichts. Dann gucke ich jetzt nochmal, weil ich will wissen, ob man was kriegt, wenn man ihr das Richtige sagt. Krieg doch einfach alle durch. Kann man das? Geh nochmal dran. Kannst du nochmal mit ihr sprechen, oder nicht? Kann man wieder Nuggets und so eintauschen? Weiß ich nicht. Die sind alle blau, ne? Nicht lila, ja. Die sind alle blau. Ich finde keine lila dann mehr. Wo sollen die denn sein? Ich habe nur zehn lila insgesamt gefunden. Das andere ist blau, nicht lila. Also. Will doch wissen. Die sagt dann noch drei Sätze, aber. Sagt nur, dass es hier halt. Ein Ort ist, um an die Pokémon sich zu erinnern. Pokémon Tower. Aber da können wir, das bringt noch nichts da rein zu gehen. Nein, ist das doof. Oh, fischer Wulf. Ich will das aber noch irgendwann machen hier. Ach, die ist das. Okay. Das ist ja vorhin schon erwähnt. Ja. Look for a safe scope in Saladon City. Sapfonia City. Also müssen jetzt nach links auf jeden Fall. Also in das Tower können wir nicht, oder? Können wir schonen, aber wir kommen nicht weit. Ah, okay. Weil wir können ohne das safe scope halt die Nebulax nicht erkennen. Oder Knogger oder was auch immer. Da die Treppe beschützt. Und dann kommen wir nicht weiter. Ach, so war das. Stimmt. Was packt man denn hier mal nach vorne? Packen wir mal hier die Nachteule nach vorne. Das passt doch. Ja, mach ich auch. Ich will mal schauen, dass ich meine Clefairy. Okay, jetzt haben wir vielleicht nicht unbedingt das richtige Pokémon nach vorne getan. Ja, das passt schon. Zwei? Ich habe ja auch extra sensory. Stimmt, habe ich für seinen Handball-Jag gemacht. Ah, ja. Okay. That makes sense. Extra sense. Extra sensory. What? Nix. Achso. Entschuldigung, ich habe es gerade verpeilt. Hä? Ich habe doch einen ganz anderen angewählt. Er hat hier Dings eingesetzt. Follow me. Da kann man nur das angreifen. Achso. Da hast du deine Clefairy. Weck mit ihnen. Du leveled up. Auch. Geschenkbox öffnen. Yay. Mach ich fast am liebsten hier. Ja, nicht ganz. Noch mal eine TM. Hut und ein Großball. Nur Mumpitz. Superball meint. Ähm. Ich will mal kurz gucken, was ich jetzt für TMs gekriegt habe. So viele TMs hier jetzt rumfahren. Fleisch können. Rumfahren. Fahren rum. Im Beutel fahren hier hin und her. Okay. Struggle. Fuck. Oh Gott, ich habe so viele TMs, das muss ich mal mit hier durchgucken in Ruhe irgendwann. Ah. Endlich. Endlich was? Ich warte das schon eine ganze Zeit. Was? Seit drei Jahren, stimmt's? Ne, fünf sogar. Fünf? Aber betreibt doch nicht so. Naja, okay. Vier. Ist der auch ein Vulcano? Aber ich habe schon gemandert. Ich will so ein Dingstar. Wer ist das? Vulpix. Ein Dingstar. Weil Vulcano auch voll süß. Nein, ich habe doch gar nichts. I gambled. I lost. Ha ha. Na. Lost in translation. Super 100, Eddie. One plus one is two and I beat you. Ha ha ha. Ach so ist das. Ist ja nicht witzig. Iiii. Uff. Super effective, okay. Nice. Ja, Psycho gegen Gift. Ja, stimmt. Aber ich bin trotzdem gleich kaputt. Das kreikt mir ja nicht immer dich an. Oh, ich bin nicht vergiftet. Und tot. Schade. Alles bist du, oder? Ne, ich? Äh, ja, äh. Keine Ahnung. Liegst du in der Luft? Mega, mega. Welches war das mit Meer? Rechts. Slimo. Slimo ist fast tot. Okay. Girls. Neise. Nice. Tschüss. Tschüss. Würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast, geh aber nochmal zurück zum Heilen. Ja, können wir machen. Okay. Du hast Thunderwave eingesetzt. Weiß ich nicht. Minus one for me. Double team, brauche ich nicht. Wie lange die dran gesessen haben müssen, die ganzen Sätze da auszudenken. Oh, noch nen Hut bekommen, der sieht ja süß aus. Was ist das denn, Feiner? Hans, ach, nen Relaxo-Hut. Ui. Ah, das ist ja auch süß. Ich behalte aber meinen Barsch. Der entfischt, der den Kopf frisst. So, kann ich Motsi hier ablegen wieder. Ich will immer noch. Alter, das ist einer Level 93. Wasser und Feuerbrock, come on. Aber Vulcano war auch Feuer, ne? Ja. Alter, das perfekte Wesen. Minus, ah ne, ah, minus Defense plus Speed. Genau, verkeilt. Äh, verkehrt rum. Verkeilt. Verkeilt. Genau, verkeilt. Verkeilt. Verkackt, verkehrt und, ja, verkeilt. Ich hab'n gelbes Fahrrad. Johnny Urin, der gelbe Strahl. Maul. Was denn? Kami und Kami, die nerven bestimmt. Jawohl, natürlich nerven. Die nerven bestimmt. Prepare to be genervt. Ah, das ist aber auch nix hier für Epilepsy-Kranke hier. Wieso? Ah, dieses Geflimmer immer. Und dieses Licht, also brrrr, dieses Geblinke und dann brrrr. Das kann ich mir nicht gut vorstellen für... Dingens. Ist das jetzt mein Pickup? Alter. Wieso bin ich jetzt schon wieder allein? Nein, das ist meins. Wird fertig gemacht. Nein. Lass dich gar nicht zu. Wollen wird knapp werden. Glaubst du, schnell geht das nicht? Hä, ist mein Daneben gegangen? Kann ich mitbekommen. Und tschüss. Hast du Pikachu draußen? Nee, drinnen. Ich meinte doch. Das hat mich gar irritiert. Ich dachte, ich bin schon wieder allein im Kampf. Became cloaked in a harsh light. Nein. Wo liest du das denn die ganze Zeit? Oben in der Mitte. Okay. Dann steht doch auch... Hä? Ist ich wieder daneben gegangen, oder was? Was soll denn das hier? Kann ich auch mal was machen? Aha. Jetzt aber. Nicht kacken jetzt hier. Doch. Wie? Lass mal sein. Schade. Double Slap. Hits three times. Wo ist der Fehler? Ja, das hat man zweimal getroffen, ne? Vor allem heißt es ja Double. Ja, deswegen, ja. Man dürfte dann ja auch nur zweimal treffen. Ja. Hä? Scharf kombiniert. Oh, okay. Dr. Watts. Wird voll. Ich würde eigentlich extra auf das andere gezielt, weil das eine sowieso fast fällig. Fast fällig. Jetzt aber, ach so. Jetzt ist es fertig. Ihr seid doch scheiße. Hat keiner gesagt. Da steht denn hier alles rum. Pat und Patachion, Hins und Kunz. Pat und Patachion. Oh. Okay. Hauen wir mal erst mal das Nido-Dingsbums weg, weil das vergiften kann. Hey, aua. Ah, genau. Genau, es macht Fake-Out-Crit. Ja, und vergiftet, jawoll. Habe ich jetzt eigentlich eingegriffen oder nicht? Schon wieder nicht mitbekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was soll denn das hier? Und tschüss. Jetzt kämpfst du alleine. Kannst du nicht wechseln? Nee, ist nicht erlaubt. Okay. Doch. Wo bist du doch mit deinem Garadus? Nee, ist deins. Ich hab kein Garadus. Ach so, okay. Das ist deins. Ich hab kein Garadus. Okay, warte mal kurz. Ich will das Geschenk schnell aufmachen. Na, guck mal ein. Let's come back to me when you got all Hines. Die all Hines. Ich hab ein Damierplex als Mound gekriegt. Nice, GZ. Glaube ich, oder? Ist doch ein Damierplex. Wenn's ein Mound ist, steht's drüber. Ach so, Damierplex, da weiß ich nicht. Ähm. Musst du auf on klicken. Dann siehst du nur die Idee, die du besitzt. Wie wählt man das jetzt nochmal aus? Unter Mound. Mounts. Unowned, owned. Der Standler, ja? Das ist Damierplex, glaub ich. Equip. Zeig mal her. Oh, guck mal. Oh, what? Guck mal. Ja, cool. Da kann auch die Folge beenden. Oh, nein. Ich muss erst noch hier rumreiten. Bitte. Oh, schön. Das ist doch cool. Das wäre doch niemals irgendein Legendäres. Ich finde das voll süß. Aber es ist voll behindert, guck mal. Es guckt echt behindert. Meins guckt voll böse. Oh, sieht gut aus. Im Profil sieht es gut aus. Mein Arctus schnuppert am Arsch. Nein, geh weg. Hör auf. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.